Hallo und herzlich willkommen zum Geschichtsunterricht der Zukunft. Spiele sind nämlich mehr als reiner Zeitvertreib. Sie bringen euch historisches Wissen. Geschichte lernen mit Assassin's Creed. Wie amüsant. Andererseits, Irren ist menschlich. Und wenn du eines kannst, dann irren. Ähm, aber man lernt doch etwas über die jeweilige Zeitperiode. Und die haben doch einen historischen Anspruch. Da war es schon wieder. Ein Irrtum. Spiele, dessen primärer Aufgabenbereich die Stimulierung der menschlichen Belustigung ist, mit Lernspielen zu verwechseln, ist fast schon, wie sagt man, niedlich. Das hier ist ein echtes Lernspiel. Okay, die Portal-Reihe ist natürlich ein deutlich besseres Lernbeispiel. Ganz recht. Hier hast du drei Testkammern, in denen du das beweisen kannst. Solltest du das schaffen, wartet eine Überraschung auf dich. Okay, dann wollen wir mal. Geschichte in einem fiktiven und zurechtgebogenen Rahmen zu lernen ist schwer. Immerhin inszeniert ein Spiel wie eben Assassin's Creed historische Figuren im Hinblick auf die Handlung und nicht auf eine möglichst akkurate Darstellungsweise. Wenn ihr hier wirklich etwas mitnehmen wollt, dann müsst ihr euch schon aktiv für Einzelheiten interessieren. Weswegen zahlreiche Compendien zwar interessant sind, aber letztendlich denselben Lerneffekt wie ein Schulbuch haben. Ob ein Erkundungsmodus da mehr bewirkt, es bleibt spannend, aber eben auch fraglich. Es gibt da ja auch sowas wie ein Museum. Da Videospiele interaktiv sind, bietet sich deswegen vor allem ein ganz anderer Lernansatz an. Spiele können vor allem kognitive Fähigkeiten verbessern, also die der Wahrnehmung und Verarbeitung. Oh, meine Berechnungen sind abgeschlossen. Du hast bisher exakt eine Minute und 53 Sekunden. Damit verschwendet nicht zum Punkt zu kommen. Beeindruckend, vielleicht bringt dich eine Sanktion dazu mit den drei Tests zu beginnen. Aua! Meine Güte, ich fang ja schon an. Die erste Kammer dreht sich um die Fähigkeit der Problembewältigung. Hier dreht sich alles darum, ein Problem zu erkennen, eine Lösung zu finden, diese mit den vorhandenen Möglichkeiten und Ressourcen durchzuführen und wenn nötig, flexibel auf Komplikationen zu reagieren. Mal schauen, wie Portal 2 sich da schlägt. Hier müsst ihr durch die Tür geradeaus. Die öffnet sich aber nur, wenn ein Laserstrahl auf einen Empfänger trifft. Eure Portalkanone kann diese Verbindung herstellen. Zack, Problem erkannt, Ressourcen genutzt und Problem gelöst. Und schon wieder ein Irrtum. Sag mal, macht es Spaß, sich so gehen zu lassen? Vielleicht verstopft dein Cholesterin deine Synapsen. Du hast mögliche Komplikationen vergessen. Äh, willst du damit sagen, ich bin fett? Ich bin nicht dick. Aber stimmt, Komplikation, Komplikation. Okay, hier ein ganz simples Beispiel. Auf den Schalter gehört ein Kubus, sonst geht die Tür nicht auf. Der Karton fliegt dank einer Sprungfeder aber immer durch den Raum. Also müsst ihr ihn dabei aus der Luft fischen. Eben flexibel reagieren. So gut? Fast Siebian, du hast dich noch erfolgreich aus der Bredouille geschmabbelt. Auch wenn empirische Untersuchungen keine wirkliche Auswirkungen von Portal 2 auf die Fähigkeit der Problembewältigung herausgefunden haben. Wie auch immer, du bist deiner Überraschung trotzdem ein kleines Stück näher gekommen. Okay, dann mache ich mich zu Kammer... Es ist Kuchen. Da, ich hab's verraten. Ein schöner, saftiger Kuchen, der deine Hüften noch rundlicher macht, als sie es ohnehin schon sind. Vielleicht rollst du dann durch die nächsten Tests. Hey. Na ja. Okay. Jetzt aber zur zweiten Kammer. Die handelt vom räumlichen Vorstellungsvermögen. Und hier trumpft Portal 2 so richtig auf. Sowohl auf kleinerer Ebene als auch auf größerer fördert das Spiel Denken im dreidimensionalen Raum. Dadurch, dass ihr ständig um die Ecke denken müsst, lernt ihr unbewusst und automatisch besser, euch und eure Umgebung einzuschätzen. Wer so ein Manöver hier durchführt, der muss genau wissen, was er wo tut und wozu es führen kann. Und damit du gleich nicht wieder meckerst, dieser Effekt wurde tatsächlich in derselben Studie bestätigt. Die neuesten Ergebnisse deines Übermutindexes sind so astronomisch, dass es nicht mal mehr auf die Skala passt. Sanktion hat also nicht die gewünschte Verhaltensänderung bewirkt. Wie wäre es hiermit? Ich glaube an dich, Fettsack. Danke, danke schön. Aber hey, ich bin nicht fett. Dieser Effekt verstärkt sich sogar mutmaßlich noch, wenn man den Koop-Modus nutzt. Immerhin sind hier auch die Rätsel deutlich komplexer, die Probleme schwieriger und ihr müsst den Raum noch besser einschätzen können. Okay, empirische Untersuchen gibt's hierzu zwar nicht, aber... Toll, wie du einfach ohne Tests selbst etwas hinzufügen wolltest. Niemand hat jemals so schön etwas Blödes gesagt. Ich bin stolz auf dich. Okay. Kammer 3? Dein Versagen ist so unterhaltsam, ich kann es kaum abwarten. Kammer 3 also. Hier dreht sich alles um Beharrlichkeit. Also nicht mehr um eine kognitive, sondern um eine zeitliche Fähigkeit. Spiele können das insbesondere gut fördern, da sie gleich mehrere Aspekte erfüllen. Zum einen geben sie direktes Feedback. Wenn ihr ein Rätsel knackt, dann öffnet sich eine Tür, ein Mechanismus springt an und es geht weiter. Gleichzeitig stimmt vor allem in der Portal-Reihe auch das negative Feedback. Wenn ihr aus Dutzenden von Metern herunterfallt, brecht ihr euch nicht gleich alle Knochen und könnt einfach weitermachen. Wenn ihr durch eine von vielen tödlichen Fallen dann doch mal sterbt, geht's ein paar Sekunden später weiter. Diese Tatsache sorgt dafür, dass ihr einmal angefangen auch bei einer Aufgabe bleibt, bis ihr sie erledigt habt. Das kann sich tatsächlich laut Studie auch außerhalb des Spiels in einer generell höheren Beharrlichkeit manifestieren. Lustig, ein Fleischberg überrascht mich. Wie abwegig. Du hast tatsächlich alles richtig... Und da hört Portal 2 noch lange nicht auf. Selbst im direkten Vergleich mit einem laut Herstellerangaben von Neurowissenschaftlern entwickelten Lernspiel, das gezielt dieselben Fähigkeiten und Fertigkeiten verbessern soll, schneidet Valve's Knobelspiel besser ab. Danke, es reicht langsam. Du kannst jetzt aufhören. Ganz zu schweigen von dem ganzen Spaß, den man mit dem Spiel hat. Ihr erlebt eine herrlich abgedrehte Geschichte über eine verrückte KI und erlebt die Abgründe der wissenschaftlichen Experimente. Du solltest jetzt wirklich besser aufhören. Der Koop-Modus ist ebenfalls weit mehr als, nun ja, einfach nur mehr von Portal 2. Er macht unglaublich viel Spaß, ist in die restliche Handlung eingewoben und sorgt für solch herrlich lustigen Szenen. Und jetzt fang mal einen Würfel auf oder sowas. Okay, dein Schmerz ist wirklich lustig, aber... Portal 2 verbessert also nicht nur, und das ist empirisch in kleinem Rahmen sogar nachgewiesen, eure Kompetenzen in der räumlichen Vorstellungskraft und eurer Beharrlichkeit. Es ist ein besseres Lernspiel als die meisten Lernspiele. Kein Wunder also, dass es sogar eine Education-Version speziell für Schulen gibt. Denn Lernen kann und soll Spaß machen. Nur eignen sich Videospiele eben vor allem für kognitive Verbesserungen. Bist du endlich fertig, dann bekommst du jetzt endlich deinen Kuchen. Ich bin mir sicher, wir sehen uns niemals wieder, du viskose Absurdität. Zum Glück ist das nun auch nicht mehr möglich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017